Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorf war ein deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor im Zweiten Weltkrieg sowie Mitglied des aktiven Widerstandes von Offizieren der Wehrmacht gegen Adolf Hitler, Leben. Rudolf Christoph war der zweite Sohn des preußischen Rittmeisters und späteren Generalmajors Freiherr Ernst von Gersdorf und dessen Ehefrau, Christine, geborene Gräfin und Burggräfin zu Dona Schlodin. Er heiratete 1934 Renata Kracker von Schwarzenfeld, eine Mitterbin der schlesischen Industriellen Dynastie von Kramster. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Nach dem Tod seiner Frau heiratete er 1953 Marie-Eva Alexandra Brigitte Hertha von Waldenburg, eine Nachfarin des Prinzen August von Preußen. Diese Ehe blieb kinderlos. Freiherr von Gersdorf besuchte bis zu seinem Abiturschulen in Lüben und trat 1923 als Offizieranwärter in die Reichswehr ein. Er erhielt seine grundlegende militärische Ausbildung in Breslau in der Kleinbürgerkaserne, wo seine Vorfahren seit Generationen im erste schlesischen Leib-Kürassier-Regiment großer Kurfürst gedient hatten. Er wurde 1926 zum Leutnant und 1938 zum Rittmeister befördert. In den Jahren 1938 bis 1939 war er an die Kriegsakademie in Berlin kommandiert, um dort die Ausbildung zum Generalstabsoffizier zu erhalten. Bei Beginn des Polenfeldzugs war Freiherr von Gersdorf dritter Generalstabsoffizier der 14. Armee. Mit dieser, mittlerweile umbenannt in 12. Armee, wurde er nach Abschluss des Feldzuges an die Westgrenze verlegt. Nach der Zwischenstation beim 12. Armeekorps wurde Freiherr von Gersdorf zum Oberkommando des Heeres abkommandiert. Während des Westfeldzugs leitete er als CIA die Führungsabteilung der 86. Infanteriedivision, die als Teil der 12. Armee an dem Vorstoß durch die Adennen beteiligt war. Für das Unternehmen Barbarossa wurde er im Mai 1941 zur Heeresgruppe B ab 22. Juni 1941 umbenannt in Heeresgruppe Mitte versetzt. Dort war er als Verbindungsoffizier der Abwehr Rizze und leitete die militärische Aufklärung. Ziel dieser Versetzung war vor allem ihm, den Zugang zum Verschwörerkreis um Henning von Tresco zu verschaffen. Bis April 1943 entdeckten Freiherr von Gersdorf unterstehende Soldaten der Wehrmacht die Massengräber von über 4000 polnischen Offizieren, fernriechen und Beamten, die Einheiten des sowjetischen NKW, die in einem Wald unweit des russischen Dorfes Katten 1940 ermordet hatten. Von Gersdorf führte dabei die Dienstaufsicht über die Exhumierungen. Er war dabei auch verantwortlich für den Ablauf der Besichtigungsreisen ausländischer Beobachter, die auf Anweisung des Propagandaministers Josef Goebbels nach Katten gebracht wurden. Dazu gehörten eine internationale Ärztekommission, Journalisten und Schriftsteller sowie polnische, amerikanische und britische kriegsgefangene Offiziere. Am 1. Februar 1944 trat Freiherr von Gersdorf seinen Dienst als Generalstabschef des LXXXII Armeekorps an, dessen drei Infanteriedivisionen eine an der französischen Nordküste erwartete alliierte Landung abwehren sollten. Am 28. Juli 1944 wurde er Generalstabschef der 7. Armee, die kurz darauf im Kessel von Fallis eingeschlossen wurde. Für die Planung des erfolgreichen Ausbruchs der Armee erhielt er am 26. August 1944 die Kasekundenritterkreuz des Eisernen Kreuzes. Er blieb im März 1945 noch zum Generalmajor befördert, bis zur deutschen Kapitulation bei der 7. Armee. Kurz nach dem gescheiterten Versuch des Obersten im Generalstab Henning von Tresco und dessen Väters Fabian von Schlabrendorf. Hitler am 13. März 1943 durch eine in Smolenskin sein Flugzeug geschmuggelte Bombe zu töten, erklärte sich Freiherr von Gersdorf bereit, einen Selbstmordattentat auf Hitler zu verüben. Am 21. März 1943 eröffnete Hitler zum Heldengedenktag eine Ausstellung sowjetischer Beutewaffen im Berliner Zeughaus. Freiherr von Gersdorf war als Experte abkommandiert, die Ausstellung zu erläutern. Er wollte beim Rundgang Hitler und die anwesende Führungsspitze, darunter Hermann Göring, Heinrich Himmler, Wilhelm Keitel und Karl Dönitz, mit zwei britischen Splittterminen, die er in den Manteltaschen trug, in die Luft springen und dabei sein Leben opfern. Nachdem Freiherr von Gersdorfe den Säurezünder bereits aktiviert hatte, hastete Hitler durch die Ausstellung, ohne vor Ausstellungsstücken innezuhalten und verließ das Gebäude schon nach zwei Minuten. Während der Zünder eine Mindestzeit von zehn Minuten hatte, Freiherr von Gersdorf konnte den Zünder auf einer Toilette des Zeughauses gerade noch rechtzeitig entschärfen. Nach der gescheiterten Aktion wurde er unmittelbar an die Ostfront zurückbeordert. 1944 verwahrte Freiherr von Gersdorf Sprengstoff und Zünder für das Attentat vom 20. Juli 1944, die sein Mitverschwörer Wesselfreitag von Loringhofen zuvor unbemerkt aus Beständen der Abwehr besorgt hatte. Die Verschwiegenheit seiner inhaftierten Kollegen, oft unter Folter, rettete ihn vor Verhaftung und Hinrichtung. So hat Freiherr von Gersdorf als einer von wenigen Angehörigen der Wehrmacht des aktiven Widerstandes gegen die nationalsozialistische Diktatur den Krieg überlebt. In amerikanischer Kriegsgefangenenschaft war von Gersdorf in einer privilegierten Lage. Er gehörte einer Gruppe hoher Offiziere der Wehrmacht an, die amerikanischen Militärhistorikern beim Verfassen einer Geschichte des Zweiten Weltkrieges zur Hand gehen sollte. Diese Gruppe war erst in Saint-Germain-en-Laye bei Paris, dann im hessischen Oberursel interniert. Fabian von Schlabrindorf, der in den Kulissen des ersten Nürnberger Prozesses im Herbst 1945 Berater der amerikanischen Delegation war, empfahl Gersdorf als Zeugen für den von sowjetischer Seite vorgebrachten Anklagepunkt Karten. Gersdorf verfasste daraufhin einen Bericht über seine Erkenntnisse von 1943. Doch kam weder dieser Bericht in Nürnberg zur Sprache, noch wurde von Gersdorf als Zeuge geladen. Die Existenz des Berichtes wurde verschwiegen, er wurde erst 2012 in englischer Übersetzung im amerikanischen Nationalarchiv entdeckt. Die Untersuchungskommission des US-Kongresses zum Massaker von Karten, die 1952 zur Befragung deutscher Zeugen nach Frankfurt kam, vernahm ihn hingegen. Nach dem Beschluss des Bundestages über die Wiederbewaffnung scheiterten alle Versuche, freiherr von Gersdorfsch, in die Bundeswehr aufgenommen zu werden. In seinen Memoeren machte er dafür den Staatssekretär Hans Klopke und jene Kreise ehemaliger Offiziere der Wehrmacht verantwortlich, die keinen Verräter in der Bundeswehr dulden wollten. Freiherr von Gersdorf widmete sich seit 1967 durch einen Reitunfall querschnittsgelähmt der Wohltätigkeit im Johanniterorden. Dessen Ehrenkommendator er war, er war Gründungspräsident der Johanniterunfallhilfe. 1979 wurde ihm wegen seiner außerordentlichen Verdienste das große Bundesverdienstkreuz verliehen. Nach ihm wurde die Generalmajor Freiherr von Gersdorf-Kaserne in Euskirchen benannt.